Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Es ist 7.18 Uhr und ich habe die Nacht durchgemacht. Vielleicht sieht man mir das ein bisschen an wegen den Augen, aber nein, der Grund, warum ich durchgemacht habe, ist, naja, ich saß bis vor einer Stunde noch am Recorden. Und wie ihr sicherlich jetzt schon mal YouTube gesehen habt, habe ich eigentlich für meine Verhältnisse sehr gute Versionen gemacht von den Liedern. Das heißt eigentlich sehr guter Sound, gerade das Schlagzeug, gut, ich habe es nicht gespielt, das ist ein Drumcomputer vom Musicstudio. Aber der hat mir wirklich sehr geholfen und hat mir auch so die Vorlagen geben können, wie ich sie eigentlich auch haben wollte. Gut, Gitarre und Gesang habe ich über ein kleines, publiges Mikrofon aufgenommen, aber auch das geht für die Aufnahmen noch. Ich habe es noch zusammen gemixt mit dem Equalizer und alles und es kommt schon ganz cool. Also ich finde, für meine Verhältnisse ist es echt schon sehr gut. Macht euch keine Sorgen, wenn das Album erstmal fertig ist, dann wird die Qualität im Endeffekt noch wesentlich besser sein. Das sind jetzt auch wirklich nur Demoaufnahmen, die ich jetzt bereitstelle auf YouTube. Und nicht irgendwie die Aufnahmen, die ich einmal auf dem Album zu hören sind. Die Albumaufnahmen werden noch ein Stück anders sein. Auf jeden Fall von der Qualität der Songs. Ich versuche die Drumparts irgendwie beizubehalten. Wäre jetzt zwar ein bisschen schwierig für mich, die selber zu spielen, aber das werde ich schon hinkriegen. Und ja, ich wollte eigentlich nur kurz ein Video machen und euch eben über die neuen Songs aufklären. Es sind auch neue Songs dabei, wenn ihr schon gesehen habt. Hau ab zum Beispiel und ach ja, danke nochmal. Es sind auch neue Songs, die habe ich dann auch mal gleich heute Nacht vor ein paar Stunden nochmal aufgenommen und ein bisschen gemixt. Ja, also ich habe wirklich keine Freizeit. Zumindest nicht anders als, also raus gehe ich anscheinend nicht. Nein. Ich denke mal, für mich ist es schon mal ein ganz großer Erfolg, was jetzt in der letzten Nacht passiert ist an den Aufnahmen. Und ich hoffe, dass ihr auch Spaß daran habt, die Songs zu hören und dass euch die auch gefallen. Würde mich freuen, wenn ich irgendwelche Kommentare bekomme oder irgendwelche Gefällt-mir-Button geklickt werden. Ja, bis dahin erstmal, bis zum nächsten Mal. Videolog oder was auch immer.